Gestern, Kvalacan, heute, Afrin, gestern, Kvalacan! Schluss mit den Angriffen auf Afrin. Der türkische Präsident Erdogan wird wieder Krieg. Seit dem 20. Januar 2018 greift die türkische Armee den Kanton Afrin in Nordsyrien an. Laut türkischer Regierungsvertreter sollen in Afrin-Telrussen bekämpft werden. Tatsächlich bekämpft wird in Afrin das Gesellschaftsmodell, das hinter der demokratischen Föderation Nordsyrien steht. Basisdemokratie, Frauenbefreiung und Ökologie. Und tatsächlich bekämpft wird in Afrin auch die YPG. Die Kräfte, die in den letzten Jahren den erfolgreichsten und entschlossesten Kampf gegen den islamischen Staat geführt haben. Der Krieg in Afrin wird zudem 100.000 Menschen in den Fluch treiben. Vielen davon sind auch bereits aus Syrien nach Afrin geflogen. Die protestieren gegen den Einmarsch der türkischen Armee in Afrin. Dort kämpft die türkische Armee auch mit den deutschen Waffen. Die Leopardpanzer, der Firma Rheinmetall, G3-Gewehre von den Hecklerkoch und über dem LKWS von Mercedes Stamm. Stammt alles an. Aus deutschen Waffen Schweden. Die deutsche Bundesregelung ist also direkt mitverantwortlich für diese türkischen Kriegsverbrechen in Afrin. Im Besonderen angesichts des Einsatzes von Nepal. Strohbunden und Sarengas durch die türkische Armee in den vergangenen Wochen zu den kämpfen islamischen Al-Qaida, Ablager, Nusra und ehemalige Erstmitglieder an den Seiten der türkischen Soldaten in Afrin. Mit unserem Protest möchten wir ein Zeichen gegen die erneute Eskalation des Kriegs in Syrien setzen. Wir fordern Frieden in Afrin, Flugverbotzone für Afrin, Solidarität aller demokratischen Demokratinnen in Deutschland. Die Internazionale Solidarität! Die Internazionale Solidarität! Die Internazionale Solidarität! Die Internazionale Solidarität! Vielen Dank.